Herzlich willkommen zu einem Let's Play vom... Ja, Mol-LP, Mol-LP. Und wie hier schon, an dem Fruchtmann ein Tanzpark. Kaffee! Du hast gesagt, ich darf nicht kenne Pappel, aber Pappelchips sagen. Ja, was auch mein Spruck ist. Auf jeden Fall. Ich bin Kaffee. Eine Runde. Gibt's ja Kaffee. Ich bin fürcht, dass er nicht alles hört. Ah, das sind 30. Oder? Ja, so. Wow! Nein! Was ist das? Was ist das? Das ist traurig. Ah! Oh! 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 Mo kann leider nur 15 Minuten aufnehmen, weil sie sollte ja schon gucken, was er in den 15 Minuten alles anstellt und ob es auch sinnvoll ist. Geht da nicht lang und schon sieht man wieder die Bildschirme, auf jeden Fall die neue Villa von Franklin, ja alles klar bei dir und er hat seine Platze umgebracht. Ich glaube, ich opfer meine schöne Kappe. Ja, schön. Kannst du vielleicht mal sagen, was der Scheißkarte ist? Das ist keine Scheißkarte, sieht voll cool aus. Ich habe keine gute Musik. Okay, es ist Radio. Nein, weiter. So, wo kann ich denn jetzt ein Film machen? Bei B, ganz in der Nähe von dir. Bei B, ganz in der Nähe von dir. Oder bei den Fragezeichen unter dir. Fremdungsbreeds, naja. Das sind aber keine richtigen Missionen da. Und? Man sieht noch 15 Minuten Filmen. Also das ist das erste Video mit mir auf seinem Kanal. Das erste? Ja. Das allererste Video, was ich auf meinen Kanal gestellt habe, war mit dir. Das zweite auch. Das dritte auch. Ach ja, stimmt. 24 Jahre? Ach ja. Ich habe den Kanal kein halbes Jahr. Ich habe ihn nur, als ich das Halloween-Special machen wollte, aber darauf keinen Bock hatte. Das war noch hochzuschlagen. Also Momo hat jetzt schon mehr als der einen. Ich habe den... Also er hat ihn jetzt schon, warte. Seit... Warte, seit November. Es ist, ja, im März. Noch ein halbes Jahr. Ah, ne, 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 warte. Äh, März. Warte, warte. November, Dezember. November, Dezember, Janne, Februar. Fünf Monate. Ungefähr. Ah, ungefähr fünf Monate. Ach, ich kenne die Missionen davon. Hey, 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 whoa. Back up there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cocks. So it's time. What the fuck you talking about? Paparazou, kennst du die Mission? Ja, ja. And you have some of those older records here. You can need something a little bit positive. Just say. What? A black man walking in Brooklyn? Ich weiß schon, was ich machen soll. Nein, garantiert nicht. Garantiert nicht. Los, steige meine Karre. Oh, mein Gott. If she gets away, I will lose my shit. Steige meinen Wagen. Ach so, man hat mal Videos gemacht. Ach so, der kennt dich. Junge. Ist das ein Lappen? Ist das ein richtiger Lappen? Ich hab ein richtiges PS-Monster. Mit was weiß ich wie viel. Mach einfach. Das ist die Möglichkeit. Ah, Miolla. Ah, Miolla. Kein Dinger. Ach so, ich weiß, wer den richtig kennt. Check das mal. Also Franklin hat mal ein paar Motorradvideos von sich hochgeladen. Also Franklin. Und daher kennt der Paparazou ihn. Und deshalb wird er fragen, ob er ihn fahren kann. Der war schneller. Ich will ein paar Fotos machen. Halt doch deine Schnauze. Er macht Bilder. Du musst eh nicht eine Frau bekommen. Von daher häng dir die Bilder. Ich glaub, wie du den Titel nennen kannst. Der Titel heißt... Ähm... 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 Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ähm... Ähm... Ah... Scheiße! Ähm... Oh mein Gott! Was ist das für ein Killer? Das ist ja kein Killer. Du hättest die nicht töten sollen! Man soll die nicht töten! Und wenn ich sie nicht töten darf. Dann werde ich mich irgendwas beendet. Logisch! Dass sie gegen Greifen schießen können! Nee! Dann wäre er mit nem Flatten weitergefahren. Nein! Jetzt werden die hinfliegen. Ja! All right, Homie! Es war eine Bildung. Schau! Keep on making the world a better place! You hear me? The public needs to know! The fans deserve answers! Shit! Not if the question is, how low is Miranda Collins' muck hanging or is she getting banged up by some second-rate director? Was? 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 Sieben Minuten und schon? Was? Ach so! Ja! Bild schön! Erledigt! Erwischt! Schieds nicht gemacht! Ist gut! Hätte ich auch keine Schieds gemacht! Ach ja! Da kannst du mein schönes Motorrad gegen meine wunderbare Karre eingetauscht hast! Deine Karre ist immer noch bei dir zu Hause! Geh mal mit in den Shop, ja? Ja! 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 Geflogen! Er hatte! Prost! Stimmt! Ich hab gedrückt gehalten! Wo war er? Bis ich einen Supersportwagen finde, fahr ich das mit dem Bus um! Läuft! Ein Toxie! Ah! Ah, crap! Er ist hoch! Der Einschleidung! Der Einschleidung! Der Einschleidung! Der Einschleidung! Und jetzt geht Maurice mit Shop spazieren! Ich weiß schon, wie du das Video nennen kannst! Äh... Paparazzo-Killer oder sowas! Hier ist das genau! Du hast... Ey, der Wichser! Mein Auto ist weg! Dann hol ich... Wohin schaust du bei deinem Hund! Mein Auto ist weg! Warte, wie geht man eigentlich mit Shop spazieren? Ich hab das noch nie mitbekommen! Okay... Wenn du es so machen willst... Dann muss eine... Schau du Arschloch! Ich komm! Äh... Du musst den Knopf drücken! Ah, der kommt! Der kommt! Komm schon! Ja! Du musst den Pfeifen! Du bist doch mal... Scheiße. Scheiße, Kulte... Dann musst du wirklich jedes Mal aufs Glocke halten! Du musst den Pfeifen! Ja... Wieso nochmal mit dem Pfeifen? Lager... Du musst deine Taste gedrückt halten! Kannst du deine Taste gedrückt oder so... Da gibt es keine Taste... Irgendeine! Ah, oder so. Oh, wir können laufen, nicht die Scheiße. Oh, du bist eine Hunde-Scheiße gekriegt. Warte mal, ich geh mal kurz ein. Wie geht man mit Schopf platzieren? Nein! Ich bin nicht mit Schopf platzieren. Komm, bitte gehen mit Schopf platzieren. Ja, hab ich jetzt genommen Trevor bestimmt. Warte. Ja, Trevor. Hey, by the way, listen. Kurt in the pool. Code brown. You look like a struggle with simple tasks. Trevor, bei Weifel war ein Schweinlöbter. Willst du mal kurz zu Franklin? Dann kann ich sagen, wie man mit Schopper auf die Kasse geht. Auf jeden Fall, Leute, Marsch! Also du musst ihn anvisieren, Maurice! Du musst ihn anvisieren! Auf jeden Fall mach ich jetzt noch einen zweiten Part daraus. Denk mal kommentieren. Like, wenn ihr Bock habt. Peace! Dann peace out!